In diesem Video wollen wir uns zusammen anschauen, wie man unter Windows einen Screenshot machen kann. Das bedeutet entweder den gesamten Bildschirm oder aber auch nur ein Fenster oder einen bestimmten Bereich auf dem Bildschirm einmal sozusagen fotografieren und dieses Bild dann weiterzuverwenden. Wir werden dazu verschiedene Dinge kennenlernen und beginnen mit der wahrscheinlich einfachsten Möglichkeit. Es gibt nämlich auf den meisten Tastaturen eine Taste, mithilfe derer wir in Windows ganz einfach und schnell einen Screenshot machen können. Und das ist die Drucken- oder Bildschirmdruckentaste. Je nach Tastatur kann das ein bisschen anders aussehen. Wenn das eine englische Tastatur ist, steht dort vielleicht auch Print Screen oder Print SC als eine Art Abkürzung. Auf Laptop-Tastaturen oder Kleintastaturen kann es auch sein, dass das mit auf eine Funktionstaste gelegt ist und dementsprechend dann die Fn-Taste mitgedrückt werden muss. Ansonsten auf großen Tastaturen findet man die Taste normalerweise relativ in der Nähe der F12-Taste, also im rechten oberen Bereich. Wenn ich jetzt diese Bildschirmdruckentaste bei mir auf der Tastatur einmal drücke, das habe ich gerade jetzt gemacht, dann sehen wir eigentlich, dass nicht viel passiert ist. Mein Mauscursor hat hier ein bisschen geflackert, aber irgendwie sehe ich nicht wirklich, wo mein Screenshot jetzt gelandet ist. Der Screenshot, den ich so mit der Druckentaste mache, landet einfach nur in der Zwischenablage. Das bedeutet, als hätte ich mein Bild kopiert. Und ich kann dieses Bild jetzt einfügen, wo ich möchte. Das kann zum Beispiel ein Programm zur Bildbearbeitung wie Paint sein. In vielen Fällen mache ich das allerdings so, wenn ich das vielleicht in einem Word-Dokument verwenden möchte. Ich werde jetzt hier also bei mir auf dem Computer einmal kurz Word öffnen. Wir warten, bis das Programm gestartet hat. Jetzt hat sich Word geöffnet und ich kann jetzt den Screenshot, den ich gerade eben in meiner Zwischenablage gemacht habe, einfach hier einfügen. Dazu kann ich wieder ein Tastaturkitzel benutzen, also STRG V, oder ich mache einfach einen Rechtsklick und wähle dann Einfügen aus. Und sobald ich das mache, sehe ich, jetzt habe ich hier in meinem Word-Dokument den Screenshot, den ich gerade eben von meinem gesamten Bildschirm gemacht habe. So habe ich jetzt also ein Bild meines gesamten Bildschirms bekommen. In vielen Fällen ist es allerdings so, dass ich vielleicht einfach nur ein bestimmtes Fenster fotografieren möchte. In meinem Fall vielleicht gerade dieses Browserfenster. Und der ganze Hintergrund und meine Windows-Leiste hier unten interessieren mich gar nicht. Und auch das ist möglich. Dazu lösche ich das Ganze hier aus meinem Word-Dokument nochmal und minimiere das Ganze kurz. Und wir werden jetzt das Tastaturkitzel kennenlernen, mit dem wir einfach nur das aktuell aktive Fenster, in meinem Fall, ich klicke nochmal hier oben hin, ist das das Browserfenster fotografieren können. Und dazu muss ich nichts weiter tun, als zusätzlich zur Bildschirm-Druckentaste noch die Alt-Taste halten. Ich drücke also einmal kurz die Alt-Taste und die Druckentaste und wir sehen, dass wieder nicht wirklich viel passiert ist. Aber wenn ich jetzt zurück in mein Word-Dokument gehe und hier das Ganze wieder einfüge, also mit STRG-V zum Beispiel, dann sehe ich, jetzt haben wir tatsächlich einen Screenshot nur von unserem aktiven Fenster bekommen. Das hat also schon mal gut funktioniert. Jetzt gibt es noch einen weiteren Trick, wie wir mit dieser Zwischenablage noch effektiver arbeiten können. Denn ich lösche das Ganze hier noch einmal und minimiere mein Word-Dokument. Und wir sagen, ich möchte jetzt hier zwei verschiedene Fenster fotografieren. Ich möchte einmal mein Browserfenster fotografieren und dann möchte ich einmal hier noch mein Explorerfenster fotografieren. Wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich drücke wieder einfach nur Alt und Drucken bei meinem Browserfenster und dann Alt und Drucken bei meinem Explorerfenster, dann kann ich in Word mit STRG-V nur das zuletzt fotografierte Fenster einfügen. Das bedeutet, wir haben jetzt hier nur unser Explorerfenster. Es gibt allerdings einen Trick, den wir mit unserer Zwischenablage verwenden können. Und dann können wir auf viele verschiedene Dinge aus dieser Zwischenablage zugreifen. Alles, was wir tun müssen, um das Ganze zu aktivieren, ist einmal die Windows-Taste und V drücken. Wenn ich jetzt also einmal die Windows-Taste und V drücke, dann bekomme ich dieses kleine Fenster hier und wir sehen, dass wir hier eine erweiterte Zwischenablage haben. Und ich kann hier den Zwischenablageverlauf aktivieren, um mehrere Elemente zu kopieren und anzuzeigen. Und wenn ich das Ganze jetzt hier dementsprechend einmal aktiviere, dann ist das für uns passiert und ich kann das wieder schließen. Dann habe ich jetzt die Möglichkeit, auch mehrere Dinge so zu kopieren und wieder einzufügen. Beziehungsweise in unserem Fall mehrere Screenshots zu machen und diese dann alle in meinem Word-Dokument zu verwenden, ohne dass ich jedes Mal hin und her springen muss. Dazu minimiere ich mein Word-Dokument wieder und wir machen genau dasselbe wie gerade eben. Also ich beginne mit meinem Browser-Fenster und ich benutze wieder die Alt-Taste und Bildschirm drucken, um hier einen Screenshot zu machen und dann bei meinem Explorer die Alt-Taste und drucken, um auch hier einen Screenshot zu machen. Und wenn ich jetzt zurück in Word gehe, dann muss ich in diesem Fall nicht STRG-V drücken für das Einfügen, sondern ich drücke wieder die Windows-Taste und V. Und wenn wir das machen, dann sehe ich, dass ich jetzt hier meine verschiedenen Screenshots drin habe und kann sagen, ich möchte vielleicht zunächst einmal mein Browser-Fenster haben. Ich kann das hier einfach auswählen und das Ganze wird mir eingefügt. Dann kann ich in die übernächste Zeile springen, wir drücken wieder Windows-V und ich kann dann mein Explorer-Fenster auswählen, sodass wir beides jetzt hier untereinander eingefügt haben. So habe ich einfach die Möglichkeit, dass ich nicht jedes Mal hin und her springen muss, sondern ich kann einfach mit der Alt- und Druckentaste ein paar verschiedene Fenster fotografieren und kopieren und kann dann in dem Programm, wo ich das Ganze einfügen möchte, ganz schnell die Windows- und V-Taste nutzen, um aus dieser erweiterten Zwischenablage auf alle meine Screenshots zuzugreifen und die sich hier im Programm einzufügen. Diese ganzen Möglichkeiten, die wir jetzt kennengelernt haben, bieten sich natürlich super an, wenn wir so wie in meinem Fall vielleicht ein Word-Dokument bearbeiten und unsere Screenshots direkt verwenden wollen. Dann müssen wir die gar nicht irgendwie zwischenspeichern, sondern können das einfach über die Zwischenablage lösen und das direkt in unserem Programm einfügen. Aber was ist, wenn ich einen Screenshot machen möchte und den einfach später irgendwie verwenden möchte? Ich möchte einfach wirklich das Bild in einem Ordner speichern. Auch das ist natürlich möglich. Und auch das ist mit Tastaturkürzeln mit der Druckentaste machbar. Um das zu tun, können wir im Prinzip genau dieselben Tasten wiederverwenden, die wir gerade eben schon kennengelernt haben. Alles, was wir ändern müssen, ist jeweils noch die Windows-Taste dazudrücken. Wir überlegen uns also, wie war das nochmal mit einem Screenshot meines gesamten Bildschirms. Dazu habe ich einfach nur die Druckentaste benutzt. Was muss ich jetzt also tun, um dieses Bild nicht in die Zwischenablage zu bekommen, sondern zu speichern? Ich drücke einfach die Windows-Taste und die Druckentaste. Und wenn ich das einmal mache, ich drücke bei mir jetzt also die Windows- und die Druckentaste, dann sehe ich in diesem Fall sogar, dass das Ganze sich kurz verändert hat. Wir hatten kurz dieses schwarze Layer darüber. Und jetzt habe ich mein Bild nicht in der Zwischenablage, sondern das Ganze wurde für mich auf meinem Computer gespeichert. Ich finde dieses Bild, wenn ich einfach ein Explorer-Fenster öffne. Und dann kann ich hier in meiner linken Spalte zu Bilder gehen. Und innerhalb von diesem Bilderordner gibt es einen Ordner Bildschirmfotos. Und hier werden alle Screenshots für mich gespeichert, die ich mit dieser Taktik mache. Wir können das Ganze einmal anschauen. Das ist das Bild, was wir gerade gemacht haben. Das passt ganz genau. Denn das ist der Screenshot von 14.30 Uhr. Das war genau vor einer Minute hier. Genau dasselbe kann ich natürlich auch machen, wenn ich wieder einfach nur ein Bild von meinem aktiven Fenster speichern möchte. Hier hatten wir kennengelernt, war unser eigentliches Tastaturkürzel, die Alt-Taste und die Druckentaste. Auch in diesem Fall muss ich einfach nur die Windows-Taste mit hinzunehmen. Ich kann also sagen, ich drücke die Windows-Taste, die Alt-Taste und Drucken. Und dann wird auch hiervon ein Screenshot gemacht. Wir sehen hier dieses kleine Banner. Ich könnte jetzt auch die Windows-Taste und G gedrückt halten, um die Xbox Game Bar zu öffnen. Dann habe ich dieses kleine Programm, das vor allem für Gamer sehr interessant ist, wo ich dieses Bild finde. Ich kann euch aber auch direkt verraten, wo das Bild auf dem Computer gespeichert ist. Dann brauchen wir diese Xbox Game Bar gar nicht. Dazu gehe ich wieder in meinen Explorer. Und hier ist das Ganze vielleicht ein bisschen ungewohnt. Denn wenn ich zu Bilder und Bildschirmfotos gehe, dann werde ich das gar nicht finden. Wo dieses Bild eines einzelnen Fensters nämlich gespeichert wird, ist ein bisschen irritierenderweise im Ordner Videos und dann unter Aufzeichnung. Das liegt daran, dass wir mit dieser Game Bar eben auch Videoclips, zum Beispiel aus Computerspielen, aufzeichnen könnten. Wir können damit aber auch einfach diese Screenshots machen. Und wenn ich das Ganze hier einmal kurz aufmache, dann sehen wir, haben wir jetzt hier als Bild gespeichert einfach nur den Screenshot von unserem Browserfenster. Also nochmal zur Wiederholung. Wenn ich ein Bild einfach nur kurz in die Zwischenablage kopieren möchte und direkt in einem Programm verwenden, dann kann ich entweder die Druckentaste drücken, um meinen gesamten Bildschirm zu fotografieren. Oder ich drücke die Alt- und Druckentaste und dann bekomme ich das aktuell aktive Fenster kopieren. Möchte ich das Ganze nicht in der Zwischenablage haben, sondern direkt einfach als Bild auf meinem Computer speichern, kann ich genau dieselben Tastaturkürzel verwenden. Allerdings muss ich die Windows-Taste mit dazu nehmen. Ich drücke also Windows und Drucken oder Windows die Alt-Taste und Drucken, um den ganzen Bildschirm oder nur ein einzelnes Fenster zu fotografieren und zu speichern. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt allerdings noch eine weitere Möglichkeit, Bildschirmfotos unter Windows zu machen und das ist mit dem sogenannten Snipping-Tool. Das Snipping-Tool kann ich in Windows auf verschiedene Arten und Weisen starten. Ich kann zunächst einmal einfach auf mein Startmenü hier unten klicken und dann kann ich in meinem Programm einfach nach Snipping-Tools suchen. Wenn ich hier also SNI eingebe, dann wird mir relativ schnell Snipping-Tool vorgeschlagen und ich kann das Ganze anklicken und das öffnet mein Snipping-Tool. Ich bekomme hier dieses Fenster und kann überlegen, was ich machen möchte. Ich kann hier ein neues Bild aufzeichnen, ich kann umschalten zwischen Rechteck-Modus, Fenster-Modus, Vollbild und Freihand. Ich sehe hier allerdings auch direkt, dass ich ein Tastaturkürzel benutzen kann, um das Snipping-Tool zu öffnen. Und das ist die Windows-Taste, Umschalt und S. Das bedeutet, ich schließe das Ganze hier einfach nochmal, dann müssen wir nämlich nicht über unser Startmenü gehen. Ich kann einfach nur Windows, Umschalt und S drücken und wenn ich das einmal mache, dann sehe ich, bekommen wir genau dieses Snipping-Tool angezeigt. Und ich habe hier oben jetzt direkt meine vier verschiedenen Möglichkeiten, nämlich Rechteck, Freihand, Fenster und Fullscreen. Mit Fullscreen haben wir wieder den gesamten Bildschirm. Mit Fenster kann ich ein Fenster aufzeichnen. Das haben wir aber mit unseren Tastaturkürzeln schon gelernt. Interessant sind vielleicht deshalb noch die beiden anderen Optionen. Das ist entweder Freihand, da kann ich einfach frei etwas zeichnen oder, was man wahrscheinlich häufiger benutzt, das Rechteck. Und dann kann ich einfach hier mich mit meiner Maus bewegen, kann den Abschnitt auswählen, den ich gerne als Screenshot haben möchte. Und sobald ich loslasse, wird mir das Ganze in die Zwischenablage kopiert. Ich sehe das dann auch hier unten direkt, kann das einmal anklicken und dann wird mir dieser kleine Editor des Snipping-Tools geöffnet. Hier kann ich jetzt noch ein paar ganz, ganz grundlegende Dinge machen. Kann zum Beispiel etwas reinschreiben, kann etwas markieren. Wenn ich halt so hier zum Textmarker auswähle, könnte ich sagen, okay, ich möchte hier bestimmte Begriffe auf meinem Screenshot markieren. Die Möglichkeiten sind aber sehr bekannt. Ich könnte das Ganze noch ein bisschen croppen, also beschneiden, wenn ich das möchte. Okay, vielleicht möchte ich den Titel doch nicht haben. Dann kann ich den nochmal entfernen und das mit OK bestätigen. Wenn ich dann zufrieden bin mit meinem Screenshot, dann kann ich das Ganze speichern, indem ich hier oben auf die drei Punkte klicke. Oder wenn man einen größeren Bildschirm hat, wird das Speichern-Symbol vielleicht schon direkt mit angezeigt. Hier ist es nämlich. Und wenn ich jetzt auf Speichern klicke, dann kann ich auswählen, wo ich das Ganze haben möchte. In meinem Fall würde ich das vielleicht mit in den Bildschirmfotos-Ordner machen und könnte hier einfach mal das Ganze benennen. Sagen wir mal office.com. Kann das mit Speichern bestätigen, kann hier mein Snipping-Tool dann schließen. Und wenn ich jetzt mal nochmal in meinen Explorer schaue, dann sollten wir unter Bilder und Bildschirmfotos auch unseren office.com-Screenshot haben. Einen kleinen Tipp vielleicht noch an dieser Stelle zum Snipping-Tool, der ganz sinnvoll sein kann, ist, ich kann mir das Ganze auch einfach auf die Druckentaste legen. Und dazu möchte ich einmal nochmal kurz über das Startmenü mein Snipping-Tool öffnen, indem ich es hier einfach auswähle. Und dann kann ich hier auf die drei Punkte klicken und kann Einstellungen auswählen. Oder einfach direkt auf das Zahnrad klicken, wenn mir das sofort schon angezeigt wird. Bei mir ist aufgrund der Bildschirmauflösung das Ganze ein bisschen zusammengeschoben, aber wir sollten dann dieses Einstellungsfenster bekommen. Und hier sehe ich ganz oben bei Verknüpfung Tastenkürze zum Drucken des Bildschirms. Und darunter steht Snipping-Tool öffnen, wenn Sie die Drucktaste drücken, also die Taste, die wir schon kennengelernt haben. Wenn ich das nutzen will, dann kann ich hier auf Ändern Sie die Windows-Einstellung klicken. Ich kann dann nochmal bestätigen, dass ich die Einstellung öffnen möchte. Und wenn ich hier ein bisschen nach unten scrolle, dann finde ich diese Option, Verwenden der Drucktaste, um Bildschirmausschnitte zu öffnen. Wenn ich das hier also einmal anschalte, also hier dieses Häkchen umlege und dieses Fenster schließe und auch das Snipping-Tool wieder schließe und jetzt die Druckentaste drücke, dann wird kein Screenshot gemacht von unserem gesamten Bildschirm, wie wir es kennengelernt haben, sondern ich bekomme mein Snipping-Tool einfach nur mit einem Klick auf die Druckentaste. Könnte ich hier zum Beispiel dann Freihand auswählen. Wenn ich sage, ich bin kein so ein Freund von Geometrie, könnte das hier einfach mal einzeichnen, was ich genau haben möchte. Vielleicht eine etwas komische Form und kann dann diesen Screenshot genauso wieder bearbeiten und speichern. Aber wir hatten ja gerade eben schon gesehen, dass die Bearbeitungsmöglichkeiten beim Snipping-Tool eben doch nicht so umfangreich sind. Und dementsprechend möchte ich noch einen letzten Punkt ansprechen, wie wir in Windows-Screenshots machen können. Und das ist mit Hilfe der Office-Anwendung. Ich schließe das Snipping-Tool an dieser Stelle. Wir können das Ganze verwerfen und wir möchten einfach mal kurz einen Blick darauf werfen, wo in den verschiedenen Office-Anwendungen wir die Möglichkeit haben, einen Screenshot zu machen. Es gibt eigentlich in den meisten Anwendungen, wo das Ganze Sinn macht, diese Möglichkeit. Wir können uns ja einfach mal anschauen, wie das zum Beispiel in OneNote aussieht. Dazu öffne ich OneNote und ich kann hier einfach nur, wenn ich mich in einer Notiz befinde, im Menüband zum Punkt Einfügen gehen und finde dort Bildschirmausschnitt. Und wenn ich das einmal anklicke, dann geht mein Programm kurz in den Hintergrund und ich kann hier wieder etwas auswählen. Relativ ähnlich wie zum Rechteck beim Snipping-Tool kann ich meinen Ausschnitt also einmal mit der Maus markieren, loslassen und dann bekomme ich dieses Bild hier eingefügt. In den anderen Office-Anwendungen haben wir hier sogar noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Und wir wollen uns kurz in Word zusammen anschauen, wie das hier aussieht. Auch hier kann ich nämlich im Menüband zum Punkt Einfügen gehen und ich finde unter dem Abschnitt Illustrationen hier dieses Screenshot-Dropdown. Und hier kann ich jetzt sagen, okay, ich kann einen Bildschirmausschnitt auswählen. Das ist genau das, was wir gerade eben in OneNote gesehen haben. Oder ich kann einfach ein Fenster direkt auswählen. Wir sehen, hier ist aktuell ein Browserfenster geöffnet. Ich kann das hier einmal direkt anklicken und dann wird mir das sofort eingefügt. Hier hat das dann noch ein bisschen einen Style bekommen. Wir sehen, dass hier eine schwarze Linie außenrum ist. Das kann man aber alles dann noch im Nachhinein bearbeiten. Warum ich das angesprochen habe und dazu möchte ich Word jetzt an dieser Stelle einmal schließen. Das müssen wir auch nicht speichern. Ist, dass wir so mit PowerPoint, also mit einer weiteren Office-Anwendung, noch die Möglichkeit haben, unsere Screenshots ein bisschen sinnvoller vielleicht zu bearbeiten. Und dazu möchte ich auf meinem Computer noch einmal kurz PowerPoint öffnen. Und auch dort werden wir dann diese Option genau an derselben Stelle finden. Nachdem ich auch hier zunächst einmal eine neue Leerepräsentation geöffnet habe, gehe ich im Menüband wieder zum Reiter einfügen. Und auch hier finden wir relativ weit links diesen Screenshot-Button. Und auch hier kann ich jetzt einfach nur ein Fenster oder einen von mir definierten Bildschirmausschnitt einfügen. Ich wähle einfach wieder mein Browserfenster aus und das Ganze wird mir hier direkt eingefügt. Und jetzt habe ich einfach mit PowerPoint hier viel mehr Möglichkeiten, das Ganze noch ein bisschen weiter zu bearbeiten. Ich könnte ja zum Beispiel hier wieder beim Reiter einfügen, noch weitere Dinge hinzufügen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte bestimmte Dinge hier gar nicht mehr drin haben. Ich kann hier also eine Box darüber ziehen. Und dann kann ich das Ganze dementsprechend noch gestalten. Ich kann sagen, okay, ich möchte hier keine Kontur haben. Und für den Fülleffekt möchte ich einfach diese Hintergrundfarbe auswählen, sodass wir das Ganze hier eben einfach zensiert haben, beziehungsweise den Text entfernt. Und hier kann ich einfach alle Möglichkeiten nutzen, die ich in PowerPoint habe, um mein Bild noch einmal weiter zu bearbeiten. Damit sind wir auch am Ende dieser kleinen Einführung in Screenshots unter Windows angekommen. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten kennengelernt vom Nutzen der Drucktaste in verschiedenen Tastenkombinationen über das Snipping-Tool bis hin zur Screenshot-Funktion von den Office-Anwendungen. Ich hoffe, dass dir diese Möglichkeiten weiterhelfen und du jetzt unter Windows mit deinen Screenshots keine Probleme mehr hast. Ich habe das Ganze hier unter Windows 11 gezeigt. Alle diese Möglichkeiten sind aber auch unter Windows 10 machbar. Welches ist denn deine liebste Art Screenshots zu machen? Und war hier vielleicht etwas dabei, das du selbst noch gar nicht gekannt hast? Lass es uns doch gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn dir das Video weiterhelfen konnte oder dir gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über ein Like und ein Abo für unseren Kanal. Dort findest du außerdem viele weitere Tutorials zu Windows, zu den Office-Anwendungen, aber auch zu vielen anderen Dingen rund um Software und PCs. Und ich würde mich freuen, wenn du mal vorbeischaust. Bis dann!